Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge Let's Play League of Legends! Mit meinem Kumpel Mikalu! Hallo! Ich spiel heute gemacht! Die... ...Jana... ...Asche... ...Mu-Jai-Tai-Li-Sin! Oh, die Gegner haben auch ne Syndra, das... Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich bei den nächsten Let's Plays recht oft ne Syndra sehen, ...weil die ja jetzt erst seit heute draussen ist. Nja... ...Wir vielleicht begehrt sein. Aber... ...ja... ...Kann man nix machen. Kann man nix machen. Wir haben...Wen haben wir denn? Niederli haben wir. Eine Niederli in der Mitte, Alistair als Support. Oh... ...Und Ezrael. Oder Niederli als Support, Alistair Bot... Nein, Alistair in der Mitte oder was? Alistair Mütte und Syndra Mütte. Alistair Top. Achso... Soll ich mir das auch vorstellen, also Niederli und Ezrae haben wir unten. Eventuell. Achja, oder Niederli Top, kann auch sein. Oder Niederli ist oben und wie im Ezrae und Alistair. Aber... ...dann hat der Lee Sin ja schon gewonnen, weil... ...was will denn der Niederli machen? Ja, deswegen ja. Was soll die machen? So sieht man wie er aussieht. Kein Leben, er kommt gut ran. Hm... Ja, da hat er auch Muckis, hat er ja. Ja, da hat er Muckis. Ja, aber richtig so'n Bommel-Sixpack und so'n Bomm. So wie ich. In Natura, also... ...so kann man sich mich vorstellen, nur ich hab keine Augenklappe. Ja. 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 Sag ich nur, ja. Ich träum weiter. Wieso denn weiter träumen? So seh ich nämlich auch, so verwechsel ich mich da wieder mit dir. So. Ah, ich glaube ich hab das Falsche jetzt gedingst. Willkommen in der Kluft der Beschwerden. Na ja. Wurscht. Ich schwebe auf den Schwingen der Waren. Ja, was dort. Hm. Na, 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 na. Na, wo fängt er an? Red oder Blue? Blue. Start, Blue, First, Wolfes. Ja, ja, ich kann... Jetzt lese ich's auch. Jetzt kannst du Englisch? Ja, jetzt auf einmal. Innerhalb von einer Folge hast du Englisch gelernt? Ja. Ich hab die eine Folge, ne, die wir gemacht haben, da hab ich mir 20 mal, na ja, 30 mal angeguckt, ne? Ja. Ich mach dann doch mal auf einmal konnte ich Englisch. Dein Genina fortf AF 155www. Mir kann nicht heuer werden, wie bei dem classes geworden ist. Ja, 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 ja dann in der Schule was lernt. Ja, 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 oh Proуйте. Band 300 Haar ma-fi- Shift. Ach nein, ich mache keine Musik an, wie wir... Oh, mein Handy? Wir machen das schon. Oh Gott, I'm failing! Pff, nein, das war mein Grit. Oh, mein Gritschuss hab ich raus, raunig, Idiot. Egal. Hol mir jetzt mein Grit raus. Dann brauch ich noch nen harten Pull, ja, ja. Na komm, schnell, auf die Lane, du! Ah, hier sind Alice da! Ey, ganz ruhig mal her, ganz ruhig mal her, ganz ruhig mal her, ganz ruhig mal her, ui. War nicht getroffen. Die unterwegs. So, jetzt chill ich ein bisschen hier. Na toll, jetzt bin ich da, jetzt ist er wieder am Chillen. Ja, war wieder so, klar. Ich erzähl ein bisschen, was ich heute gemacht habe. Ich habe heute, ähm... Nix gemacht! Boah, unglaublich! Ey, ja doch, so viel, das ist... Ich weiß, ich weiß, ich bin echt geil. Und Alice da... SPRING! SPRING! Ach, ja... Haha! Mann, Hannu! Warum level ich einfach nicht ab, ey? Und SPRING! Nach 8 Creeps bin ich das Level gestiegen, ey, was da... Jetzt sind wir schneller, ne? Uwe schneller! Ihr habt doch auch die passive! Echt? Ja, ihr seid alle 3% schneller! Ganz Sache! Guck mal hier, guck mal hier! Seht er schon! Genial! Hey, der hat ein Board hier reingestellt! Stimmt ja! Stover! Denathon! Ja, mein cool! Wuuuuh! Haben wir Nitro! Nitro haben wir ja! Nitro-Glitzerin! Ist so gut! Nitro-Glitzerin! Glitzer! Alla... Mann, ey! Du blöder Basalle, ey! SPRING! Ey! Ich glaub's hakt! Haha! Nein! Nice! Sehr, sehr schön! So! Fängt schon mal super an! Ja, das war auch jetzt richtig taktisch von uns hier! Das war super, das war nice gemacht also! Guck mal, wer da kommt! Den holen wir uns auch gleich nochmal! Ja! Was machst du?! Ne, der hat das nur überlegt, weil er während meines Salve gemacht wurde, hat er seinen Coup gemacht, sonst wär er tot gewesen! Nein! Ah, das war glücklich! Ah, nein! Tag Lifestyle! Ah, das war recht glücklich von ihm! Das war einfach nur glücklich und tot! Haha! Nein! Ey, ich hab mich noch angegriffen! Ich geh die jungen! Was ist das denn aber? Ne, warum? Den hätten wir so gehabt, ey! Das war so fu- Nur im richtigen Moment hat er seinen Coup gemacht, seinen Anspringen! Deswegen hat er weder von deinem Wirbel noch von meinem Wehschaden gekriegt, sonst hätte er ja... Ach, Mann! Ich hätt' ihm jetzt grad einfach mal einfach ein... 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 Ein Killgeschenk gekriegt! Ach, nein! Oh! Ich bin dir hier unten schon wieder im Gewüsch! Ja, aber ich bin jetzt grad mal weg, kurz, schnell! Also nur S-Ray, der hier im Gewüsch ist! Ach so! Oh, ich nehm das jetzt wieder alles mit hier! Ach! Ich hab' mich falsch geskillt! Wer ist geskillt? Du hast doch keinen Skill! Hahaha! Oh, ist schön! Schön! Was hast du denn schon? Was hast du? Gar nichts! Hahaha! Ich hab' gar nichts unterkriegt! Ich hab' meinen Weh aus Versehen geskillt! Also meine Salve hab' ich verbessert! Wollte ich gar nicht! Eigentlich verbessere ich ja durch jemanden eh, aber... Ja! Schalve! Weil ich bin wieder hier! In meinem Revier! Ja! War nie eigentlich so richtig weg! Und... Hupf! Haha! Auf den Supporter müssen wir... Auf den Supporter müssen wir, sage ich schon, müssen wir gar nicht! Hier! Ich schwebe auf den Schringen, der Bach! Ja! Ja! Ich schwebe auf den Schringen, der Bach! Pfff Wirklich Ja, aber Airstray bleibt noch, das ist gut Die Winde sollen mich holen Tuck 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 Okay, ich muss da mal rüber Jo Schnell wie der Wind Muss weiter fahren Ein Verbündeter wurde getötet Aaaaaaah Aaaaaaah Geh weg Ja, wo kommt der denn auf einmal her? Haha, geil Ich hab dich grad gesloben in meiner Side, falls du es gesehen hast Die wollen ich gar nicht Tauber bleiben Weil die, die, die wollen mir einfach keine Quill schinken Doch, die wollen mich Tauber bleiben Patsache Er wills Ja, das soll ich machen, ich kann doch nichts machen Das geht doch, ich kann nichts machen Oh, was macht denn der? Oh, ich hab kein Mana, sonst hätte ich ihn gekriegt, den Airstray Naja, egal, hat er irgendwie getötet Ich krieg so keine Unterstützung, aber gut Ja, ist doch nicht schlimm, aber Mann, ich wurde schon wieder geholt Das ist doch dreckig ey Ach, passiert Nein! Nein! Okay, passiert ja nicht, das war schlecht von dir Ne Von Nein! Von 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 allen Von Nicht von mir Von allen Hätte ich Mana gehabt, hätte ich den jetzt auch noch gekriegt Wer? Mario? Super Mario? Hätte ich Mana gehabt, nicht Mario Achso Guck mal, wie denen das egal ist Siehst du das? Juck die nicht, dass ich ihn angreife Ja, noch nicht Die Hälfte seiner Leben Ey, jetzt, jetzt ist er positiv Aber er hat nur noch die Hälfte seiner Leben Gibt das irgendwo nicht Denkt er sich mach mal Tschüss Ich hab Ulti Oh, hätte ich die Ulti gehabt, da hätte ich ihn gehabt Oh, ich hab kein Mana, ich hab kein Mana Kein Mana Ich kann meine Ulti gar nicht spielen Ich hab mich nur schon bereit, aber ich kann sie gar nicht benutzen Hupf Hahaha Er rennt auch geradeaus durch Guck mal, wer da ist, komm mal her Guck mal, wer da ist, komm mal her Wie wir sind Alles verliebt, dann wurde getötet Die wir müssen den Wort beschützen Hat er nen Orakel? Ja, der hat nen Dings da reingestellt Pfff Der geht da näher, der traut sich da nicht Läuft doch Ja, irgendwie Hey wenn du dich estate catastrophe Die Winde soll mich räumen Die Winde soll mich hollen ja ich hab angst hier ich hab angst hier wirklich da jetzt haben sie das gebüsch scheiße Hilfe! Hilfe! Hüpf! Alistair hüpf! Hehehe hüpf, oder? Da hab ich nicht getroffen, ja? Ja, alles da, Alistair ist hüpf! Alles da, es ist alles da! Adi, starr, der ist auch geüpf' So, ich könnte shoppen gehen, wenn du willst So, jetzt hab ich dir ein Wort hingestellt Die Winde sollen mich holen Master Yi-Coming-Bot Atemlos Wie du... Alistair, der ist schon nicht schlau, ne? Ja, das ist... Ich bin ruhig, ich geh mal kurz shoppen Na warte, bleib hier, bleib hier! Ja, ich hab's grad gesehen Oh, da ist aber ein Yi Hallo, hallo, ich hab ganze Zeit R gedrückt! Was macht denn der da? Die ganze Zeit! Ah, ah... Ich hab kein Mana, ich geh weg Ja, was war... ja... Gerade Gerade beim Tippen ging das R auch nicht, ey! Was geht denn? Was ist da los? Ich hab meine Erdaste kaputt! Nein! Das... das wär ja bitter! Auf jeder Lane haben die noch die Hälfte der Leben, was da los? Addy ist da, vorhin da déthaes gehinkommen Na den... Blub Love wück kind. Bl-b-bl U-bluu-Bluu scene Nein, denn, der war noch gar nicht da, der Blubuff Daaa... NICHT Ok komm, jetzt komm wir tan Oh... Wa... w-was machen denn alle? Warum geht denn keiner mit rein, Alter? Keiner? Meinst du's nicht? Ja, die sind doch tot. Was machen wir denn eigentlich? Ja komm, wir gefarmen weiter, Alter. Ja, ehrlich mal. Ey, ich wurde grad abgeschossen. Jetzt auch mal wieder weiterfarmen, das ist die Hauptsache. Das ist der Vorteil an der Asche. Ich brauch keine Kills. Ich brauch einfach nur farm und dann bin ich nachher eh stark. Genau. Farm einfach weiter. Oh, wir müssen oben helfen, komm. Ey, ich weiß. Warum laufen die denn jetzt alle im Team rum, Alter? Was ist das denn für ein... Basti-Zeug, Alter. Hau einfach mal Ulti hier zu rein, ey. Nein, ich hab ein... Da ist S-Rail. Wenn der S-Rail da ist, ist da ein anderer Typ nicht grad mal weg. Da sind die anderen. Da sind die andere. Die anderen, das ist nur eine. Ich will sich spalten, ey. Mal gucken, die anderen. Da ist noch einer. Ich will die Einzelte langlaufen. Was ist denn da los? Gleich hier weiterfahren. Ich bin zu blöd. Na echt, ey. Komm, wenn wir farmen können, Alter. Oder wenigstens du und ich hier. Ich will mit dir ein bisschen was klaue. Nein, schon wieder FUNCH geskillt. Ich hab immer noch irgendeine... Ey, die laufen die ganze Zeit hier rum, Alter. Was ist denn das denn? Spass, die S-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Ich will ja irgendwie schlau. Und Treffer. Wuuuh! Kriege ich nur Unterstützung? Wär ja cool. Wenn die da irgendwas töten würden. Ne. Doch! Ich krieg nur Unterstützung! Das ist ja cool. Das ist ja immer genial. Zwei, 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 drei. Wir hören doch nicht meine Slow-Fail-E-Skill. Ne, das ist so bitter. Alles gleich. Boah, wieso sind denn die schon wieder zu dritt hier unten? Ich glaub, die wollen mich töten. Nein, die gehen in die Mitte. Das ist gut. Komm, wir gehen auf ihn! Äh. Nicht wahr. Ja, da kommt noch ein Yi. Nice. Kommst du noch weg? Nö. Na, schade. Jau. Wir drehen ja mal voll durch. Ach, man. Was machen die denn da? Sind die nur am Babysitten auf der Border Lane? Ja, überall, Alter. Top gar nicht, ey. Top gar nicht. Na, top nicht. Die sind überall... Sind die da mit... Na, lag ist schuld, ja. Ich glaube auch. Ganz klar. So. Ja, ich muss sagen wir noch Farmen. Ich hab den besten Farmen aus unserem Team. Ja. Ich farme grad richtig schlecht. Muss ich selber verstehen. Farmen wir. Ich fahr mal einfach weiter, Alter. Bist der Farmerama. Hast du eigentlich den geholt, den Ätze? Ja, nein, du hast den gekriegt. Ich bin Farmer. Ich hab den nicht geholt. Du hast den gekriegt, ich nicht. Hilfe! Ja, Hammer. Hammer, Hammer. Guck mal. Uah, das war ja hier. Uah! Der war ja mal los. Der flasht sich weg und ein Bein fliegt hinterher so. Gegeben würde ich mal sagen. Komm, dropp da hier. Dropp da. Dropp da. Ja, du schießt drauf. Ja, ich dachte ich denk grade. Na, sorry. Ja, aber wo geht der Tau drauf? Da kommen welche. Ne, da kommen doch nicht welche. Ja. Okay. Ja. Ah, weiß der. Weißt du, was ist denn das, Alter? Der ist ja übelst gefiedelt, ey. Was... Na, sowas ist auch wieder nervig. Was willst du da machen gegen einen gefiedelten Master Yi? Dornpanzer kaufen. Das andere ist ganz egal. Wirklich. Ich kann mir keinen Dornpanzer kaufen, weil es einfach sinnlos ist, wenn ich einen Dornpanzer drumloch. Nachher... Ja, Malfight kann sich Dornpanzer kaufen. Nachher, wenn ich mehr Items hab, dann hau ich ihn einfach weg, weil der Ash einfach besser ist als ein Master Yi. Aber... Jetzt grade... Ah, der hat viel mehr Attack Speed als ich. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Boah, das ist doch bitter. Ja, Yi hat... Ja, aber wir müssen ihn rausfokussen, dann haben wir gewonnen. Ja. Sie hat die ganzen Kills aus dem Team. We surrender nicht, ihr 20. Ihr könnt ja vergessen. Wir müssen einfach nur fahren und dann... Wir müssen einfach nur fahren, mit fahren, mit fahren. Und dann geht er schon. Boah, ey! Der Master Yi, das geht gar nicht, ey! Das ist nur Master Yi, der den Schaden drückt. Ja. Pass auf, pass auf, pass auf, der Yi... Yi kommt! Ja, weil, ähm... Das ist... Monopoly musst du dich anfangen, ich hab keine Ahnung, wo Monopoly ist. Nein. Doch, was? Hast du... Ist er nicht auf dem Schrank? Monopoly auf dem Schrank, das wird sein, eventuell. Ich guck auch nur dumm zu, ey! Ich sollte mal überhaupt machen. Ja, Leute. Ja, ich hab grad Ulti auf Master Yi gemacht. Der ist halt auch direkt gestorben. Hm. So, jetzt brauche ich mir den Fatum Tänzer, ne? Damit das auch losgeht. Das heißt, jawohl. Oh, der Li-AfK, ey! Das ist auch nicht wahr! Das reiben sie sogar! Haha, ich bin voll der Reimer! Das Spiel könnte noch gewinnen, aber wenn die Leute mal AFK gehen... Jo! Dann können... Das tut und tut und leid, aber die Gameplay ist einfach richtig schlecht, weil die Leute mal AFK gehen. Das sind einfach... Sowas ist voll nervig. Ich muss mal nichts machen. Leute, ey! Leute von heute, ey! Oh, wir sind Render nicht. Wir sind Render nicht. Nein! Wir haben ja trotzdem nur weg. Ja! Hallo, wir haben OP-Marl-Fight! Ja, eben. Äh, nix NP, no! Wir müssen einfach nur farmen! Ist auch so. Da ist einfach kein Grund hier zu surrender. Hier, Blue-Buff! Ja. Brauch's, ne? Nee, sie. Für die Sintra. Ja. Ja, komm, Dingens. Und Dingens. Oh, da kommen sie alle wieder. Dann wieder alle sein müssen. Neko, die können nicht alleine... Die können nichts alleine machen. Ja! Guck dir was an! Ich bin jetzt erstmal wieder zu viert. Jo, die Ulti hat jetzt erstmal auf mich gecastet. Ja... Ja, wir müssen auch zu... Ja, wir können nicht zu fünf rumlaufen, weil wir nur vier Leute sind. Ey, das... Ist doch wieder... Äh, ja... Weißt du, das ist schon wieder so ein Game. Ah, ich könnt echt kotzen, ey. Ja... Ne, 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 können wir ja nicht aufgeben. Ne, 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 können wir ja nicht aufgeben. Wenn, dann verlieren wir richtig, ey. Wirklich. Weißt du, wie da... Wieder so Aina... Merkt euch mal den Namen hier. Merkt euch den Namen. Wenn ihr den seht, spielt nie mit dem. Sneapers, direkt rausgehen, wenn der irgendwie bekommt, dass der rauskommt. Das ist... Sollt im Ausfall schon rausgehen. Weil sonst... Komm, den haben wir. Idiot, ey. Wirklich. Ja. So, jetzt kaufe ich mir ein Item. Ein Itam. So. Ja, ähm... Na, was für noch... Ah, die sind jetzt wieder da. Wurde ja mal Zeit, dass er wieder auftaucht. Das... Ich weiß, was ich mir jetzt mache. Ich mache mich jetzt Tengi, Alter. Dann holen wir einen Dornpanzer. Ja, guck dir jetzt an, die laufen... Die laufen überall über uns im Jungle rum und... Laufen nicht alleine rum. Ne, ne. Oh, ne. Ich hab nicht Schiss vor. Ich hab nicht Schiss vor. Und dann... Und dann kommen solche Sprüche irgendwie von der Syndra. Die erst mal meint, sie ist die coolste. Sie ist so ne super Syndra. Sagt einfach ja. Warum fragt er jetzt mal, warum die andere Syndra nicht so gut ist. Ja. Dabei hat sie die Lane verloren am Anfang, ey. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, was ist denn das? Ich hab meine Ulti gar nicht gemacht. Ich hab meine Ulti gar nicht benutzt, aber die fliegt erstmal weg. Was soll das? Die können uns gar nicht tower-diven. Die können uns gar nicht tower-diven. Ich hab' doch nicht mehr Flüge. Ich hab' ja den Sturm mehr zu spät. Da, Etze! Ach, Richard war das mit dem wenig Leben, ey. Oh, Mann. Come on, ihr habt da. So easy, Alter. So easy, Mann. Das ist einfach nur... Dings. Was macht der jetzt? Oh. Ah, dann habe ich mir den Dornpanzer und den Warlock und dann kann er mich mal hauen, ey, wirklich. Gönn dir, komm doch her. Nein, Haten Creep. Nein. Nein. Aber guck dir das an. Was können die bitte? Ja, gar nicht. Was ist, um ein Ashblatt zu machen? Was ist, salve beide tot? Ja, das war doch mal eine Aktion. Ja, das war doch mal eine Aktion. Oh, zu schnell. Ja, das ist... Und wir wollten schon aufgeben. Echt? Gar nichts, gar nichts, ey. Ja, läuft. Ihr könnt das Game noch reißen. Das ist einfach... Der Carry muss nur ein bisschen ein Equip haben und der Ash sowieso so ein guter Carry ist. Und da brauchst du nur eine Creeps und hast übelst viel Gold. Wenn du richtig machst. Du musst halt von Anfang an deinen E, deine... Deine Fähigkeit skilln, womit du dann mehr Gold kriegst pro Tötung des Vasalens. Und dann geht das. Hose mal ein paar Creeps und schrubbdiwupp. Ich hab durch meine Fähigkeit schon 350 Gold Plus gemacht, also. 350 Gold mehr als der Rest. Das ist schon mal bold. Topfarm hol ich mir jetzt auch nochmal. Dann kann ich mir ein Blutduster bald kaufen. Mal gucken, ob jemand in unserem Jungle hier kommt. Und schnell weggehen. Sonst kommt mich hier gleich noch jemand zu suchen. Ich muss nur mit dem Schramm. Ach, wehste... Warum schiebste nicht einfach den... ...jie weg, alter? Hat er je noch viel Leben? Ja, der Speer von Nidalee. Wäre er nicht gekommen, hätte ich hier jetzt getötet. Wiese! Ja, es ist... Ich hätte, ich hätte ihn getötet, hätte die Nidalee nicht mit dem Speer getroffen. Sie hat mir nämlich nochmal 500 Schaden gemacht. Sie hat mir kurz heal gemacht und hätte ihn getötet. Nein! Ach, sowas ist wieder nervig. Wiese! Wiese, 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 wiese. Ge weck! Ja, dann laufen die neu. Geweck! Ach, sie... Ich bin gleich wieder da. Geweck! Wir sind halt nur je rausgemäß. Wenn der Tod ist... Und die Gegner eigentlich ganz Schüge, ja... Oh, ist auch so... Gästl. Oh, da... Oh, das ist ganz schön action Oh, da hinten bin ich Idiot Flächelt sich zum Tower Komm, die holen wir uns denn, die holen wir uns Ach fuck, das wollte ich gar nicht So, locker, locker Siehst du, ey, es wird nicht mehr durchlaufen Also nicht komplett durch, aber ich werde sie jetzt mal schon mal pushen Ah, wobei die haben die dicken Vasallen Mit einem Tower-Tank dann... Oh nein, schnell kaputt Dann leben wir erstes Master Yi und Israel So, dann gehe ich wieder auf Top-Lane und holen wir den Top-Farm Und einer sollte vor sichern Sieh, es ist einfach, es ist zwar ein bisschen anstrengender, es wäre aber es ist machbar Das ist... Ich wollte halt nur im Team spielen, weil die laufen durch im Team rum und jetzt wo wir das auch machen, geht das auch So, Daumenpanzer ist fertig Ich mach das wirklich, ne? Mir scheiß egal, ey Ja, bringt's ja auch eigentlich, ja, nur bei mir bringt's nicht, ich muss halt den Schaden machen Weil er fokuss mich eigentlich zuerst, jetzt soll er mich mal fokussen Da sind sie alle Hast du Ulti? Nee, ja Komm, Ätze Oh, das ist aber nicht nur Ätze So, das ist natürlich So, das ist nicht nur die Gefühle Ah, es ist halt, wir müssen halt gut im Team spielen, wir müssen gut fokussen Ah, ja, das ist aber jetzt verloren Das ist halt das, was wir nicht so haben Wir fokussen halt zu schlecht Ja, der Lee, dass der auch da so lang weg war, Alter Ja, das ist der Lee, der Lee war weg Und die, ja, die laufen auch durchgehend vernünftig im Team, der Tank läuft nach vorne Bei uns haben wir das halt nicht so gut organisiert Bei uns steh ich meistens vorne, weil die anderen Leute erstmal sagen, ne, ich geh mal lieber auf diesen, sie füllen mal ganz weit hin Naja Du wirst halt auch nicht, dass du was sein darf Das ist jetzt der Lee laufen durch Es sei denn, es ist schon nahe, zehn Sekunden Ich bin da Du bist da, du bist da Schaff das nicht Ach komm, ey, die haut ganzheit auf den Tower und bringt mich um, oder was? Ich f- Komm, ulti, 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 um euch jemanden neu Ja, guck dir das an Was soll ich da machen, wenn, wenn drei Leute mich fokussen und die gehen auf mich Jaa Die wissen, dass ich so viel Schamach Die, die, den anderen sind die da egal, die gehen nach Hauptsache nur auf mich Ich muss sterben Warum holt er sich immer noch kein Dornpanzer? Ia, ia, ia Und dann holen wir Alter, wie die dem nicht helfen Oh, ein gutes Nusser Oh, ist mein Leben auch Oh, weißt du Er macht jetzt Ende Ja, das war voll dumm von all- von den Eingewiesen, Alter Warum gehen die auch einzeln auf ihn, jetzt? Jaa Spektor, Feierabend Die Szene ist einfach so dumm und verreckt doch gegen mich Das ist... Das ist verloren, du kannst nichts machen, der ignoriert dich einfach Jaa Na klar, nichts passiert Wir müssen auf jeden Fall Dinge ins Reporten hin, in die Sinne Aaaaaa Jaa War so ne gute Runde eigentlich Naja, weil wir haben so gut angefangen, ey, wirklich 2-0 haben wir angefangen Ah, ist das gut da Naja, aber es sieht man ja wieder, wir waren nicht dran schuld Maaahaha So, dann, bis zur nächsten Folge, tschüss Jo